Hier ist Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Uta Rindfleisch mit dem Programmteil Kulinarisches Taiwan. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Laternenfest steht bevor. Es fällt auf den 15. Tag des ersten Mondmonats und damit auf den ersten Vollmond im Jahr. In diesem Jahr ist das der 26. Februar. Traditionell werden an diesem Tag Yuan Xiao gegessen. Das sind weiße Kleebreißklöße, so rund wie der Vollmond, mit einer süßen oder einer deftigen Füllung. Es gibt noch eine andere, ganz ähnliche Speise, nämlich Tang Yuan, die das traditionelle Essen am Tag der Wintersonnenwende sind. Auch dies Kleebreißklöße mit Füllungen wie bei den Yuan Xiao und viele Leute essen am Laternenfesten auch Tang Yuan und nicht Yuan Xiao. Der Unterschied zwischen beiden liegt darin, dass für die Tang Yuan ein Teig hergestellt wird, während bei den Yuan Xiao die runde Füllung in Wasser gejeben und dann in Kleebreißmehl gewälzt wird. Ein Vorgang, der so lange wiederholt wird, bis die Kleebreißschale dick genug ist. Nun, ich habe in diesem Programm schon öfter die Herstellung dieser beiden Kleebreißklöße beschrieben, weshalb ich für diese Sendung im Internet nach kreativen Zubereitungen dieser Spezialitäten gesucht habe. Tatsächlich bin ich auch fündig geworden. Was die Tang Yuan anbelangt, ist es relativ einfach, statt weißer, schön bunte Tang Yuan herzustellen, wobei man auf natürliche Färbemittel zurückgreifen kann. Wie in Schwaben grüne Spätzle mithilfe von Spinat hergestellt werden, so geht das hier auch mit den Tang Yuan. Dazu wird der Spinat zunächst kurz gekocht, dann im Mixer zu Saft geschlagen und schließlich anstelle von Wasser mit dem Kleebreißmehl vermischt. Für eine schöne violette Farbe nimmt man violette Süßkartoffeln und mit Kürbis erhält man eine gelb-orange Variante. Die Süßkartoffeln und das Kürbisfleisch werden dafür zunächst gedämpft und dann mit einem Kartoffelstampfer oder einer Gabel zermust. Hier muss man dann aber auch noch Wasser dazugeben, damit man einen geschmeidigen Teig erhält. In Europa ist es vielleicht nicht so einfach, violette Süßkartoffeln zu erhalten. Da könnte ich mir vorstellen, dass rote Beete eine schöne Farbe abgeben könnten. Das Kochwasser für rote Beete würde vermutlich für eine rosa Farbe sorgen und wenn man die gekochten rote Beete mit einem Teil des Kochwassers in den Mixer gibt und dies dann mit dem Kleebreißmehl verwischt, wird das sicher eine schöne dunkelrote Farbe ergeben. Zu allen diesen Kleebreisteigvarianten passt jeweils eine deftige Füllung, für die man Schweinehack mit frittierten Schalotten, Salz, Sojasauce, Reisweimpfeffer und Sesamöl würzt. Die Mischung gibt man vor der Weiterverarbeitung für etwa drei Stunden in den Kühlschrank. Solch bunte Kleebreißklöße wären sicher auch ein passender Snack für Karneval. Tangyuen kennt man übrigens auch in kleiner, ungefüllter Variante, traditionell in weiß und rot. Diese werden gewöhnlich in einer süßen Suppe serviert. Statt der üblichen Suppe könnte man auch eine mit violettem Kleebreiß machen. In der würden sich violette und gelbe Tangyuen sicher auch sehr gut machen. Dann aber natürlich mit einer süßen Füllung oder ohne Füllung. In einer Suppe aus Kürbis und Süßkartoffeln wiederum könnte ich mir die violetten und grünen Tangyuen mit der deftigen Füllung ausgezeichnet vorstellen. Für diese Suppe benötigt man einen kleinen Kürbis und eine Süßkartoffel, eine halbe Zwiebel in Streifen geschnitten, zwei große Becher Milch, eine gute Prise Salz, etwas geriebenen Käse und natürlich die Tangyuen als Einlage. Kürbis und Süßkartoffel schälen und in Stücke schneiden. Weich dämpfen, dann mit dem Kartoffelstampfer zerstampfen. Zusammen mit der Milch in den Mixer geben und zu einer sämigen Suppe mixen. Im Topf die Zwiebeln glasig anbraten, dann die Suppe hineingießen und zum Kochen bringen. Mit Salz und Käse würzen. Die Tangyuen in einem anderen Topf in siedendem Wasser garen und vor dem Servieren in die Suppe geben. Um die Tangyuen etwas leichter verdaulich, Kleebreis ist eben nicht so verdaulich, und auch kalorienreicher zu machen, bin ich im Netz mehrfach auf Dofu-Tangyuen gestoßen. Das Verhältnis von Dofu zu Kleebreismehl sollte 5 zu 9 betragen. Der Kleebreis wird gesiebt und auch der Dofu durch ein Sieb gestrichen. Davon wird ein Teig geknetet, von dem man ein paar kleine Stücke dämpft. Dann werden diese gedämpften Stücke wieder mit dem restlichen Teig gut verknetet. Auch hier kommt man nicht ganz ohne Wasser aus, doch statt Wasser kann man auch Milch, Kaffee oder Kakao verwenden, wodurch man ebenfalls Tangyuen mit unterschiedlicher Farbe und unterschiedlichem Geschmack erhält. Aus dem Teig macht man dann kleine, ungefüllte Tangyuen und diese gart man in siedendem Wasser. Als süße Suppe eignet sich recht gut Milchtee, wobei man Wasser mit einem Teebeutel aufsetzt. Wenn das Wasser kocht, gibt man Milch und etwas Zucker hinein. Wenn sich am Topfrand Bläschen bilden, ist die Suppe fertig. Man gibt einige Kleebreisklößchen in Schüsselchen und gießt diese dann mit dem Tee auf. Ich bin auch immer wieder auf Tangyuen aus dem Ofen gestoßen. Dazu nimmt man ein Toastbrot, legt in die Mitte, je nach Größe, zwei bis vier ungefüllte oder gefüllte Tangyuen, bestreut sie eventuell mit geriebenen Erdnüssen, klappt das Toastbrot dann zu und gibt es bei 200 Grad für 5 bis 8 Minuten in den Backofen. Das Toastbrot ist dann schön knusprig, innen sind die Tangyuen, dann heiß und erinnern von der Konsistenz her ein wenig an Mochi. Bisher habe ich nun die meiste Zeit über Tangyuen gesprochen, doch eigentlich sind beim Laternenfest ja die Yuanxiao gefragt. Hier habe ich einen Vorschlag mit einer etwas kalorienärmeren Füllung gefunden, nämlich Yuanxiao mit Süßkartoffelfüllung. Dazu benötigt man nur eine im Backofen gegarte kleine Süßkartoffel und Klebreismehl, sowie ein Gefäß mit einem Deckel. Man schält zunächst die gebackene Süßkartoffel und zerdrückt das Süßkartoffelfleisch mit einer Gabel. Dann macht man aus der Menge, je nach der Größe der Süßkartoffel, vier oder fünf Klöße, die etwa 15 Gramm schwer sein sollten. Diese gibt man dann nacheinander in das Gefäß, in das man das Klebreismehl gegeben hat und bewegt sie mit geschlossenem Deckel darin, bis sie von allen Seiten mit Klebreismehl bedeckt sind. Dann sprüht man sie mit Wasser an und wiederholt den Vorgang. Dies macht man so lange, bis man die gewünschte Dicke erreicht hat. Gewöhnlich wird jeder Kloß 30 Mal in Klebreismehl gewälzt. Man gibt die Yuan Shao dann in kochendes Wasser und wenn sie an die Oberfläche gestiegen sind, lässt man sie noch eine weitere Minute köcheln. Man kann sie in einer süßen Suppe nach eigener Wahl essen. Es ist also nicht schwer, diese Yuan Shao herzustellen, man braucht nur etwas Zeit und Geduld. Tang Yuan werden zwar gewöhnlich in Wasser gekocht und wie wir gesehen haben in süßer Suppe serviert, doch gerade bei Hochzeitsessen gibt es häufig frittierte Tang Yuan. Dabei handelt es sich um die ungefüllte Form. Dazu werden die Tang Yuan wie üblich hergestellt und auch im Wasser gekocht. Doch sobald man sie aus dem Wasser genommen hat, werden sie in Süßkartoffelmehl gewendet. Dann werden sie etwa zwei Minuten lang frittiert, bis sie schön goldgelb sind und dann natürlich möglichst bald gegessen. Beim Frittieren muss man aufpassen, dass man sie nicht zu lange frittiert, denn sonst könnten sie aufplatzen und dann sehen sie nicht mehr schön aus. Wer sie gerne süß isst, der kann Erdnusspulver und etwas Zucker darüber streuen. Wer mehr auf Deftiges steht, der kann dicke Sojasauce darüber träufeln. Liebe Hörerinnen und Hörer, soviel also zum Thema kreative Zubereitung von Tang Yuan oder Yuan Shao. Viel Spaß beim Experimentieren und vielleicht entwickeln sie ja auch ihre eigenen Tang Yuan. Auf Wiederhören beim nächsten Mal. Am Mikrofon war Uta Rindfleisch.